Einen wunderschönen guten Tag meine lieben Freunde, hier ist wieder euer Jan und euer Uli von Immer am Limit und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge A Way Out. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist, um mit uns gemeinsam die Geschichte fortzuführen. An meiner Seite natürlich wieder der Jute Jansen am Stüssel, grüßt dich. Hallo zusammen, hallo lieber Uli. Ja, nachdem wir jetzt aus dem Gefängnis raus sind und wir die ganzen Bullen am Hals haben, die überall über uns und neben uns rumkraulen, müssen wir uns natürlich jetzt über die Brücke schleichen. Und das machen wir jetzt. Nicht rum drüber, sondern unten drunter. Unten drunter, genau. Genau, und ja, soll ich den Vorreiter machen? Okay, du traust dich was, du hast ja so mit Höhe. Okay, dann geh mal rüber. Alter, ist das hoch, ne? Ah, ich halte mich sonst mit der Nase fest. Ja, ja, wiederhaken, ne? Sozusagen. Oh, oh. Oh, da kommt ein Heli. Scheiße, ich kann grad nicht runter. Ich kann grad nicht runter. Du kannst da langlaufen, wenn du geduckt bist, Digga. Ach, Kacke. Weil wir müssen, wahrscheinlich kommt er gleich von der anderen Seite. Ja, ja, wahrscheinlich. Was ist denn jetzt hier? Äh, ja, gute Frage. Hier müssen wir lang, hier. Richtig. Alter, nein. Okay. Mein Gott, du fällst aber auch immer runter. Pass doch mal auf, wohin läufst. Hast du schon so eine große Nase? Oder siehst du dann den Weg nicht? So, nun? Rücküber queren, ja, und nun? Sollen wir da lang? Vielleicht muss man da rüber springen. Hab ich schon geguckt. Geht nicht. Warte, hier. Alles klar. Ich komme. So, ich spiel wieder Onkel Spider-Man. Ja. Muss los, ey. Viel Spaß. Relegant machst du das, Uli. Jawohl. Ihr, ey, mach die Tür auf, oder so. Damit ich da rüber springen kann. Oh no dat, kannst du nicht da selber rüber klettern? Oh Gott. Oh, ich habe fast überrascht, dass du dich bist, Uli. Niceness. Super. Springen kannst du? Ja, weiß ich. Oh, dein System war der Ganzen. Das ist aber vorträglich hier, der Nasenbär. Hehehe, Nasenbär. Hey, was ist das? Komm, über uns. Ja. Oh, die hätten uns doch beinahe gesehen, ne? Alter, krank. Okay. Boah, stell dir das mal ein Relay vor, ey. Oh, ey. Würde mir eine Hose scheißen. Oh, na super. Und nun? Hier geht's nicht weiter. So, wahrscheinlich da hinten wieder lang. Was, wenn wir das mal benutzen, um den Locken zu brechen? Oh, okay. Jetzt die Tür einschlagen. Achtung, hast du gesehen? Da war jemand links. Ja, auf der linken Seite, ja. Oh, das ging ja leicht. Also, linke Seite ist jemand. Hey. Stell dir das Beil weg, ey. Bin mal ein Mitmensch. Brauchen wir nicht. Okay, Achtung. Da war jemand. Okay, ganz gechillt. Ganz gechillt. Einer. Da muss ich gucken, wie wir das machen. Ah, okay. Wir müssen uns wieder hier... Ah, ich darf's wieder machen. Natürlich. Na, logisch. Ich muss mich auf meine Nase konzentrieren. Ich glaube, du musst dann... Komm. Du musst, glaube ich, gleich irgendwas machen. Warte. Ich... Ich bin unter dir. Ah, okay, super. Ich mach bestimmt Krach, wenn ich da jetzt langlaufe. Ich kann da nicht lang, weil da genau darunter... Okay, ich probier's. ...leuchtet. Ah! Ach doch, das war easy. Das war easy. Oh, nein, nein, nein. Du musst irgendwas machen. Du musst irgendwas machen. Ja, ich... Ja. Ich muss erst mal... Jawoll. Jawoll, Digga. Niceness. Bam. Jam. Oh, jetzt kommen die Hunde. Jetzt kommen die Hunde. Okay, und wieder runter. Und tschüss. Oh. Nein. Okay, jeder hat zwei unterschiedliche Wege. Und rennen, und rennen. Und rennen, und rennen. Oh, ho, 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 ho. Oh, Gott. Diese Miester können rennen und fressen gleichzeitig. Also, rennen. Ich bin auf. Ich bin auf. Ich bin auf. Ich bin auf. Oh, fuck. Oh, nein. Ich bin auf. Ja, dann tippen. Ja. Oh, kommt er. Ich seh dich. Ich seh dich. Oh, geil. Geil. Jawoll, ja. Oh, sauber, ey. Löcke ich mir was ab. Edgy Batch. Edgy Batch. Ich treu, Wude, ey. Shit. Dammit. Oh, krass. Ey, er war jetzt echt spannend, wa? Ich dachte, Alter, jetzt kommen noch die Köter. Oh. Ehrlich. Oh. Oh. Diamond. Diamond. Scheint bright like a diamond. Oh, und Russen? Ah, nee, doch nicht. Hat sich grad so russisch angehört. Hey, hey. Just tell him, this is the deal. You either take it or don't. Got it? Ist das dieser Harvey, von dem die ganze Zeit gesprochen wird? Wollen wir gleich erfahren, wa? Ah, da geh ich mal von aus jetzt, ne? Das wird nicht passieren. Aber hör mal. Harvey, das wird nicht passieren. Harvey, ich muss dich mit dir sprechen. Warte. Ja, Harvey, okay. Du verstehst? Das ist wichtig. Du musst das hören. Schau. Geh das deal. Oder stopp, meine Zeit. Okay? Ja. Okay, den sollen wir einfach, also lünchen, den Typen. What? I just got the call. Isn't he supposed to be dead? Our guy fucked up. Got himself killed by the guards. Good for nothing, piece of shit. Sorry, boss. Look, Sean. You need to find him. Okay? Yeah, but I'm not sure the men we have right now. Okay? My problem. You just need to find him. You got it? Okay, er hat wohl einen übelsten Hass drauf. Just make it happen. Ja. Yes, boss. Auf Leo. Okay. Aber ich bin ja auch noch da. Hehehehe. Alter! Oh! Okay, no deal. Bum, bum. Donnerwetter. Konsequent. Mhm. Mhm. Oh, ist schon Tag. Und wir sind immer noch auf der Flucht. Oh, wir sind immer noch am Laufen. Wir sind noch im Wald. Allein im Wald. Über Stock und Stein. Oh, super schick aus da, wa? Mhm. Verdammt. Ich bin hungry. Ich auch. Ich vermisse das schickte Essen, das wir wieder in der Brüche haben. Ich würde nicht sagen, dass ich es vermisse. Aber ich würde es definitiv essen. Ja. Anyway, lasst uns auf. Wir sollten etwas finden. Auf der Weg finden. Dann lass uns doch ein Wildschwein jahren. Well, ich werde dir wissen, ob ich einen Brüche finden kann. Ja, du mach das. Halbes Schwein auf Toast können jetzt. Ja, dann gucken wir mal. Okay. Leo und Vincent verliefen sich im Wald. Da war es finster und auch so bitter kalt. Sie kamen an ein Bach mit klarem Wasser fließend fein. Wer mag der Herr wohl von diesem Rinsal sein? Das werden wir gleich erfahren, hoffe ich. Okay, da müssen wir wieder ein Jumperich machen. Ja, spring ruhig vor. Kein Problem. Zack. Wollen wir nicht an der Hand laufen? Ja, so. Wir müssen uns nicht die Hand geben. Komm, mein Bruder, Leo. Oh, ja. Folge mir. Okay, wir müssen hier wieder was beseitigen. Zack, zack. Du, früher hätte ich das mit der Nille gestemmt. Ach. In deinem Alter sollen wir nicht mehr so schwer tragen. Ja. Ja, mein Rehen. Oh, was jetzt? Ein Lager. Ach, du Scheiße. Also aufpassen. Vielleicht ist hier noch jemand in der Nähe. Du hast gesehen, da sind Fische im Bach geschwommen. Ja. Vielleicht können wir angeln oder so. Ah, ja. Sieht auf jeden Fall idyllisch aus hier. Feuer entfachen, jeweils einen Fisch fangen. Ah, da müssen wir die Fische wahrscheinlich an der Enge treiben und dann... Okay, da brauchen wir aber erstmal ein Stöckchen, glaube ich. Weil so mit der Hand fangen ist schwierig. Ja, egal. Speerschnitzen. Oh, ich kann blasen. Blasen. Oh, super. Warte. Und? Geht das Feuer an? Ich brauche etwas Feuerholz. Ja, ist ja gut. Ich habe es ja verstanden, Mann. So. Okay, wo finden wir Feuerholz? Speerschnitzen. Machen wir das doch mal zuerst. Ja, müssen wir wahrscheinlich zusammen machen. Aber warte mal, ich lege es erstmal ab und werde erstmal Holz suchen. Weil wir brauchen erstmal ein schönes Feuerchen. Hm. Pass auf, jetzt sehe ich hier irgendjemanden nackt. Im Busch liegen oder so. Das wäre es ja. Beispiel, die Witwe Beute, die das auch nicht gerne wollte. Mhm. Ich mache schon mal Feuer. Besorg du das Essen. Mit dem Verhungern war aber, glaube ich. So, jetzt gehe ich wieder blasen. Ich werde blasen. Oh. Ich habe Feuer gemacht. Ich habe Feuer gemacht. Okay. Ich komme mal mit rein ins Wasser. Okay, wir müssen, wir müssen taktisch vorgehen. Weil man kann ja das Wasser aufwühlen. Und der eine. Genau, du musst da. Was denn? Eine auf der einen Seite, eine auf der anderen. Das soll die zusammentreiben. Und jetzt aufwühlen. Aufwühlen, aufwühlen, aufwühlen. Oh, du wolltest nichts. Ich habe einen. Hast du einen? Mhm. Okay. Aber wir sollen ja jeder einen Fisch fangen. Ja. Treibst du mal in meine Richtung. Ja, warte. Ich treib's in deine Richtung. Bleib mal stehen. Komm, jetzt kommen sie. Ja, ich seh, ja. Ja, ich weiß nicht, ob du das siehst. Deswegen. Na, wir müssen noch weiter. Nee. Jetzt sind sie hinter dir. Nasenbär. Ey, immer auf meine Nase, ja? Jetzt reicht's aber. Da ist nun mal so viel Angriffsfläche. Geht ja nicht anders. Wieder hinter dir. Meine Hose ist ganz nass. So, komm wieder. Hab einen. Hüste. So, jetzt können wir uns ans Feuerchen setzen und den guten Fisch genießen. Hoffentlich mundet der. Naja, ich guck. Brutzel, brutzel. Das riecht wie Scheiße, Mann. Well, du weißt, es ist, was es ist. Ja? Pff. And my fucking feet hurt. What about yours? Well, I'm good. So, you're a tough guy, huh? Well, it's not like we have much of a choice. Du bist viel jünger als ich und dir tut der Fuß weh. Mann, Mann, Mann. By the way, what are you in for? Something I didn't do. So, you're innocent, huh? Well, aren't we all? I'm innocent too, you know? Yeah, sure you are. What about family? You got any? Yeah. A wife. I hope. Hm. Der sieht so ein bisschen aus wie Sylvester Stallone, wa? Ja. Also so ein bisschen, in seinen jungen Jahren. Oh, jetzt kommt die Geschichte. Oh, jetzt kommt die Geschichte. I was a regular guy with a boring bank job. One day my brother brings in a new client. Harvey. Let me guess. Money laundering. Yeah. Money was easy. But Harvey just kept coming in with more and more cash. And I couldn't handle it. It was too risky. So I told them I wanted out. He killed my brother as a warning. Oh, man. After that I lost it. I planned on killing him. But the son of a bitch pinned it all on me. I was convicted for the murder of my own brother. Wow. That's fucking rough, man. Yeah. Sorry. So, uh, what's your story with Harvey? You fucked me over, that's for sure. Maybe we're gonna... Wait. You hear that? Oh, shit. We're closing in. We gotta move. Ah, my fucking feet. Just suck it up. Don't worry about it. I got it, okay? Krasse Geschichte, wa? Mhm. Verurteilt im Mord seines Bruders. Wo das gar nicht war. Heftig. Also ein richtiger Hulensohn, dieser Harvey. Harvey. Yes. Das ist, äh, aber auch ein knallharder, ne? Einfach die Scheiß da weggeballert, mal eben so kurz auf den Haas, ey? No. Da kennt er nix. Oh, wirklich? Kein Deal, kein Deal, kein Deal. Pang, pang. Dote. So, wir müssen weiter auf die Reise. Zwei Männer, immer noch allein im Wald. Huh? Figures. What are you applying? Well, how should I put it? You're kind of uptight. I'd rather be uptight than a loose cannon. Thanks for the compliment. You're welcome. You know what? What? You're actually the first guy who worked in a bank that I've talked to without a gun in my hand. Would you look at that? You're making progress, Leo. Der erste Bankangestellte. Oh, wo sind wir denn da? Ich hab' ein Haus vor mir. Kommen wir da rüber? Kommen wir jetzt da runter? Ach, hier. Das ist ein Weg. Ein Weg. Hm, ist das ein Wohnhaus? Gehört das noch mit zum Knast? Ja, das gehört doch nicht mehr mit zum Knast, ey. Let's check it out. Aus wie eine Farm oder so, ne? Kuhstall hier oder irgendwie sowas. Ja, also ein bisschen Blech, da kriegst du nicht alleine hin, ne? Nee. Mann, 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 ey. Ah, okay, da wohnen welche und die gucken sich grad Nachrichten an. Ah, und die sind auch bewaffnet. Und Betsy heißt die Knarre, glaub ich. Oder ein Hund. Okay, wieder zwei Wege. Was ist dir lieber? Paar überwältigen? Oder Pferde freilassen? Ich würd sagen Pferde freilassen. Okay. Bauchgefühl, ja. Meine erste Idee, unter der Brücke durchzugehen, hat er auch hier. Irgendwie aufwacht die Bracht, ne? Genau. Tja, ist gelockt. Da sind die Hühnchen. Okay, ist also richtig ein Farmer hier. Okay. Kommen wir nicht rüber. Nee, nicht wirklich. Vielleicht müssen wir wieder außen rum gehen. Kommt man nicht rüber. Freunde, konnte man lieber rüberklettern und hier über so einen kleinen Zaun geht's nicht, oder wie? Warte. Ah. Okay, da müssen wir wahrscheinlich hier hinten hochstellen. Nee, hier rechts. Da ist doch die Öffnung. Neben dem Vogelhäuschen. Jawohl, ja. Müssen wir jetzt beide da rein? Das ist die Frage. Ich fiel einfach mal hinterher. Ja, du willst mir doch nur wieder auf den Kekker gucken. Das ist angeboren. Das ist angeboren. Ich kann da nichts für. Wo sind die Hühne? So, okay. Mal sehen, ob wir hier was Schönes finden. Hey, Leo. Das könnte genug Ruhe machen, um die Hühne zu schrauben. Ah, okay. Ist das Ding schon auf? Oder musst du das noch aufmachen? Du musst das drunter aufmachen, ja. Ich mach das jetzt auf. Ja, okay. Dann kann ich das hier umschmeißen. Sind sie offen? Nein, noch nicht. Ach so. Ich hatte aber viele Pferde. Da ist nichts drin. Das war's, oder? Ja, warte mal. Ob ich jetzt die Tür schon aufmachen kann? Ja, ist klar. Ich muss den Pferde welche auf dem Arsch schauen, glaube ich. Komm, geht los. Guck mal, ob der da vorne, da war ja noch was um der Ecke. Ich denke, du musst Krach machen, vielleicht. Ja, ja, aber da vorne war doch noch was um der Ecke. Da stand doch noch was rum. Echt? Ja. Ganz vorne rechts. Ah, ja. Ja. Eine Tonne. So, du musst jetzt hier hoch, weil ich Hilfe brauche. Ja, ich komme. Also, die Türen kannst du nicht aufmachen, ne? Nein. Okay. Einige Türen würden so schön sein. Wo bist du denn? Geh doch einfach hoch. Verstehe ich doch schon. Rede vernünftig mit mir. Verstehst du das? Ja, jetzt ja. Na. Okay, und jetzt können wir ins Haus rein. Ja, ordentlich. Muss uns wahrscheinlich beeilen. Okay, wir müssen uns wahrscheinlich beeilen, weil die werden bestimmt schnell zurückkommen. Ja. Können wir hier nicht rein? Doch, hier. Sollten wir vielleicht die Schrotmunition wegnehmen. Ah ne, die Knarre hat er mitgenommen. Oh, wir haben Benio zum Spielen. Ah. Zeit für einen Song. Ah ja. Zum Truck, zum Truck gehen. Naja, wir brauchen erstmal Klamotten, Digga. Ja. Ich geh erstmal hoch. Vielleicht liegen hier noch ein paar Moneten rum. Oh, die haben Panikraum, glaube ich. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Naja. Oh, was macht er denn? Er legt sich gleich mal eine Seche. Wie immer, ey. Wie immer. Okay. Nähmaschine. Ihr wollt wissen, wie es weitergeht. Schaffen wir es zu entkommen. Schaltet in der nächsten Folge mit ein. An dieser Stelle möchte ich mich bei euch ein fürs Einschalten und verfolgen dieses Let's Space. Bedanken. Und falls euch diese Folge gefallen hat, gebt eine Bewertung und einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder mit dem Jan an meiner Seite und immer am Limit hier bei A Way Out. Macht's gut, meine Lieben. Immer schön lecker bleiben. Und Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.